Der Vulkan ist explodiert und hat die vier Besten ausgespuckt. Die Turtles kommen ins Kino. Der Furchteinflößende. Sie haben Power. Sie haben Stil. Blöd, Mann. Was zum Teufel war das? Hat ausgesehen wie eine große Schildkröte mit einem Regenmantel. Und Sie lieben Pizza. Und hier, Freunde, ein belegter Turbo-Frisbee. Kakerlaken lieben Sie, Fledermäuse lieben Sie. Und selbst die Oberaffen gefährliche Ninja-Schildkröte ist ganz verrückt danach. Naja, naja. Was bist du für einer? Etwa ein Punky? Hä? Hey, ich hasse Punky. Sie sind quietschvergnügt und springen lebendig. Wo die Turtles auftauchen, geht der Punk ab. Da haben Ninjas, Gangster und andere schräge Vögel nichts mehr zu melden. Die Turtles. Der Film, der alle Rekorde bricht. Die Turtles. Nur im Kino sind sie echt. Nee, nie zu. Karabunga! Na! Ja! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020